Ach kacke, wie kriegen wir den da runter? Wahnsinn, hol den Drachen vom Baum runter, ich hätte nicht herkommen sollen. Ah, das ist Human Kites Fähigkeit, nice. Übereinstimmung. Oh hey, klasse Idee. Furzkor, was? Danke schön, danke schön. Cousin keils Drachen, wichtige Gegenstand. Ah, Furzkor. Und nichts wie runter. Ich nenne es Furzkor. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkor schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Okay, Furzkor. Furzkor freigeschaltet. Jetzt kann ich mich in hohe Lüfte lüftigen. Jesus. Das fängt jetzt vielleicht kurz. Oh, der superaggressive Superheld. Oh, superaggressive Superheld, ich gebe dir gleich. Superaggressiver Superheld. Du bist ein super, supernerviger Supernerver. Ah. Wo wohnt eigentlich Stan? Wo wohnt Stan? Wo haben sich diese Scheißkanzen verkochen? Hier. Ne, Marsch war ein bisschen weiter links. Ah, ne, perfekt. Hier, Marsch. Da kriegst du. Opa Marsch. So, ich fass die ganze komplette Marsch. Du bist besser als dein Tu-Nicht-Gut-Von-Vater. Na, wenn das nicht das beste Enkelkind des Jahrhunderts ist. Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist glichlich ne Marke. Immer noch nicht. So, da ist Renti Marsch. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkasst. Also komm her, du kriegst ein Selfie. Oh, he's, he's fucked. Renti Marsch. Okay. Er hat voller Marsch. Na, geht doch da raus. So. Wieder zwei Selfies geholt. Jetzt gehen wir weiter und zu Tweak. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Boom. Kampfvorteil. Und die Sechsklässler. Oh, du einer. Winger will zuerst. So. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Furzkiste. So, erstmal ein bisschen einfrieren für dich. Auf das du nie mehr auftauchst. Das gibt garantiert ne Narbe. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Oh, bist du eingefroren? Das tut mir aber leid. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, bist du. Solltest du dir mal auch gescheit deine verfassen. Das nenne ich Gerechtigkeit. Nice. Euch platt zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. I, 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 I. Oh. Extra für dich. Oh, ich kotzt gleich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mach die hier mal. Du musst hier bessere Freunde suchen, nicht zum Beispiel. Oh, Mann, ey. Okay, ich bin dran. Ich kann sein Pinkeln wegkriegen. Ich hab das für dich. Wenn er dran ist, das krieg ich hin. Oh, rein, Neuer. Oh, rein, Neuer. Oh, rein, Neuer. Das heißt, ich muss hier eigentlich nicht weg. Ich stell mich hier hin und verbrenne alle drei. Oh, das ist Kuhn am Start. Kuhn am Start. Gut, er kann nicht mehr viel machen. Äh, hier machen wir so. Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. So, das überspringen wir jetzt mal. Ihr Klassler seid ihr echt zähl, Brocken. Achso, er ist immer noch nicht fertig mit Pinkeln. Gut, wenn er meint, dann haben wir ja so eine rein, ne? Boots. Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Und tschüss, 6 Klassler. Natürlich haben wir gewonnen. Geh platzte Pistebombe und 75 Cent. Und... Nice. Ich schau mal kurz danach bei meinen Artefakten. Aber ich guck mal hier. Das hat man schon. Das sieht sehr offen aus. Ja, gut. Gut, gut, gut. Dann schauen wir uns mal die Artefakte an. Wir haben ein paar neue DNA und ein paar neue Artefakte. Artefakt ist Dreidel, der... Oh, ah, oh. Aber dafür leben wir Macht. Und da drüben auch ganz schön viel. Das bringt es aber eigentlich echt. Ich habe meine Macht ein bisschen eingebüßt. Schauen wir mal, was bei der DNA bei dem Rotschopf ist. Ne, ne, wirklich nicht. Ne, wirklich nicht. Charakter-Bogen haben wir wahrscheinlich wieder einen neuen Titel. Haben wir, jawohl. So. Weiter geht's. Wir müssen jetzt zu Tweak. Oh, ein Superheld, ein Superheld! Ja, ich bin ein Superheld. Ich bin ein Superheld. Ich bin ein Superheld. Hey, Gail. Hey, kleiner Superheld. Ich weiß, du rettest da draußen Kätzchen. Wenn du auf eins von meinen stößt... Die tragen rosa Halstücher. Kannst du es mir bringen? Ich kann sie nirgends finden. Ja. Diese Riesen-Sechstklässler jagen meine Mietis. Wenn du eins meiner pelzigen Babys siehst, sag mir Bescheid, Schnucki, ja? Aber natürlich. Mach ich. Ohne Probleme. Ding. Kann ich das hier aufmachen? Nein, immer noch gesperrt. Oh, das sind noch ein paar Sechstklässler. Kampfvorteil. Nächsten Sechstklässler. Hart vermöbeln. Oh, das ist ein Fünf. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht. Aber lass uns boxen. Aber lass uns boxen. So. Erstmal schön in die Reihe. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Oh, willst du auch Laser? Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Da treffe ich die beiden. Sehr gut. Bam. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ging mir zu weit am Arsch vorbei. Scheiße, Superquake. Hab mal Respekt vor deinen Kollegen. Jetzt auf einmal. Oh, ey. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Ohne zu zucken. Respekt. Danke. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ich gehe mal hier hin und mache diese hier. So. Ja, kämpf um dein Leben. Boah, eklig. Ich habe zur Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Oh, come on. Was macht der? Du bist voll am Ende. Da bist du mir echt was schuldig. Alter, die haben sich Videos gezeigt. Ähm. Können wir dich egaler sein. Zack, Craig. So, jetzt ist die Frage. Soll ich Feuer machen? Oder nochmal Laser? Laser würde den hinteren töten. Feuer, niemanden. Aber ich mache trotzdem eine Feuerwehr, weil das haut den anderen zurück. Puls. Ich gebe es zu, du hast Potenzial. Das hat einfach schön viel Schaden gemacht. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Mhm, macht er das. Er tauscht nämlich mit jemandem den Platz. Dem hier. Und macht ihm Schaden. Das habe ich kaum gesehen. Das ist eine komplette Reihe. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Was macht der? Was macht der? Oh Gott, das will. Was macht der? Was macht der? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Nimm das, Zwerg. So, wir müssen aufpassen. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Äh, was machen wir jetzt? Ich muss den hier machen. Oh, yeah. Boom. So. Du kommst nicht dran mit Pinkeln. Nee, nee, nee. Das führt sich weg. Das führt sich weg. So. Hauen wir mal rein. Automative Kraft bereit. Lass uns reinhauen. Booyachaka. Boom. Geschockt und eingefroren. Was wäre mal mehr? Was wäre mal mehr? Kuhnfreunde. Oh ja, der ist Geschichte. Ah, vertast. Ihm ist aber kalt und er kann nicht angreifen. So läuft es im Leben. Die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. Boom, boom, boom. Als hätte das richtig wehgetan. Ah. Ich bin gerade ein bisschen sehr... Schau ich so, ich weiß. Egal, aber ich besie... Besiege? Bin? Nein. Ah, weil da hinter einer steht. Okay, dann mache ich halt den hier. Come on. Da, 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 da. Siehst du, du kannst deine Kühle doch ausdrücken. Drück das aus. So, und jetzt machen wir einen ganz gechillten Feuerschlag. Wurz. Wow, ich bin fast beeindruckt. Ha, ein weiterer Sieg im Namen der Gerechtigkeit und des Diabetes. Du hast gewonnen. Sechs Kliessler haben keine Chance. Säckchen voller Spuckebälle und 64 Cent. Wir nähern uns Level 5. Dann kriegen wir einen neuen Artefaktplatz. Aber hier haben wir erstmal einen schnellen Reisepunkt entdeckt. Big Gay L's House. Ah, fast. Dahinter scheint etwas zu sein. Jawohl, ja. Verbessertes Gegengift. Nicht schlecht. So, wir können gleich zu Tweak gehen. Ach, da ist Lava. Da ist Lava, da können wir erstmal nicht heulen. Ah, wir können hier... Oh, der nächste! Schnellreise-Freischaltung. Tweaks Coffee House. So, darf man mit ihnen reden? Danke. Cracks Nachricht an Tweak. Und ein Laptop von diesem Penner zurück. Da sind Chaos. Wachen. Keine Gnade! Äh, ich gehe erstmal hier rein. Erstmal da reingehen. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Selfie. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Boah. Gut, dann kaufe ich halt was. Du bist unsere neue Ware lieben. Flasche mit Orgasmuskraft. Metabolischer Verbrennungsofen. 20 Dollar, das ist allerdings echt viel. Ich hole mir lieber einen heißen Tee mit Zitrone. Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Jetzt kann ich mit dir... Aber gerne, kleiner Kunde. Self machen, nice. Hat sich gelohnt, Mr. Tweak. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Vielen Dank für deinen Einsatz. Immer wieder gern. Ich helfe, wo ich nur kann. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Crack sich wieder vertragen. Wow. Verbessertes Gegengift. Da ist Tweak. Okay. Okay. Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel. Findest du das richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal. Okay. Ich darf jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Wexer. Kein Recht, irgendwas von mir zu fordern. Oh, das wäre auf der anderen Seite. Okay. Oh, da ist noch ein Bild. Von Tweak und Crack. Ei, ei, ei. Da. Ja, da. Sa. Ka. Na. Ba. Sa. Na. Wa. E. Yo. Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring in den Arschloch. Echt jetzt? Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Okay, chill. Finde die Zutaten für die Käse Schrimperito. Was? Hüpp. Aber da komme ich ja noch gar nicht hin. Also, Karte auf. Ups. Karte auf. Äh. Finde Stripe. Sprich mit Crack. Sprich mit Crack. Naja, da sagt mir immer, was Stripes ist. Aber wir kämpfen dann erstmal gegen ihn. Für Chaos werdet ihr verlieren. Wir siegen die Chaos Lakaien. Oh, fünf Stück. Nicht schlecht. Machen wir den Meister stolz. Ja, macht ihn doch stolz. Macht ihn doch, wenn ihr's könnt. Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Nö. Muss hier sein. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts weilen. Oh. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Hättest du blocken sollen? Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Danke. Kassenmensch. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Alter. Chaos ist unausweichlich. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Was ist bei dem Schiff? Ketten-Diabetes ist kampfbereit. Ketten-Diabetes, hau zu. Ja, ja. Ah, zu früh. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Wow. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich. Live-Kommentar ist echt schlecht dazu. Wow. Ich bin dran. Craig ist dran. Und Craig rammt dich jetzt weg. Oh. Schluss jetzt. Dann zuhle ich den echten Furzen in Selbstjustiz lang. Aber das bin doch ich. Oh ja. Alle drei. Oh. Drei in einer Reihe. Das ist meine lohnende Kamera. Das hat mir gesessen. Ich bin wieder da. Wieder. Was? Oh. Was? Ja. Was zur Hölle? Oh. Wo ist meine antiseptische Nasengräbe? Echt jetzt? Oh mein Gott. Du bist so ein... Oh Gott. Überwieder gerne. Danke dir. Danke hier mein Kerl zwei. Wow. Wow. Ich führe... Wow. Wow. Das ist nicht ich. Oh yeah. Man hat die Drähte gesehen. Die Drähte. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ultimative Kraft bereit. So. Irgendwann mal weg. Ja. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Hm. So. Er hat noch volles Leben. Ah okay. 144. Witzig, weil ihr seid chaos. Du freut in Ruhe, du Fiesling. Zu mir. Überrennen wir sie. Oh. Okay. Noch ein Feind fällt durch die Macht von coolen Friends. Scheiße. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Zerstör ihn. Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever. Auf sich unter uns. Okay. Ist doch davor rumgerannt. Durch die Straßen dieser Stadt. Hey, sind das echtes Mechle-Effekt oder animierte? Die ist doch nicht echt. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Es gibt keinen Kompakt der Diabetes. Gute Durchgarten. Ich bin dran. Ja, voll in die Fresse. Mega-Faust-Fachuru. Ha, nimm das Bitch. Du bist echt gut in dem Spiel. Dankeschön. Du hast gewonnen. Wahrscheinlichkeits-Zerhacker-Chaos-Raketen-Bausatz. Uh, fast Level 5. Wir kommen immer ran. Kommen immer näher. Was ist hier drin? Psyops-Anzug. Psyops-Handschuhe. Und Psyops-Helm. Nice. Das ist alles... Wow, 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 wow. Hey. Haben die Poli ihre Position getauscht oder habe ich wieder die falschen Pillen genommen? Keine Ahnung. Was laberst du eigentlich die ganze Zeit, ne? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Wahnsinn. Ist hier drin irgendetwas? Ah, man könnte hier hochfliegen. Aber da unten gibt's Member Berries. Erinnerst du die Passion, Christi? Ah, das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, äh, nein, tue ich nicht. Ich erinnere. Ich erinnere. Oh, man kann die Zutze hin und her klappen. Wow. Wow, ich finde mich toll. Uh, da ist eine Sprungfeder. Da auch. Ah, okay. Na, lass uns doch mal fliegen. Die Weinstimmung. Furzkur. Das ging schnell. Dann mal los. Oh yeah, alles für ein Bild. Oh Gott, was ist das für ein Bild? Oh mein. Oh Mann. Da hinten gibt's nichts mehr. Aber wir können hier noch die Leute hoch, oder? Ja, aber ich hau erst mal. Glasplitter. Schrott. Was auch immer das heißt. Die Zahl da daneben. Oh, jetzt sind wir auf dem Dach. Cool. Okay. Natürlich. Nice. Wir sehen uns. Okay. Können wir uns das hier mal. Und das hier. Und da haben wir das Bild. Und ne Truhe. Rezept für extremes Gegengift. Noch ein Yaoi. Und hier müssen wir ein bisschen. Ein bisschen umschmeißen, ne? Ein kleines bisschen umwerfen. Oh Mann ey. Hier drauf steigt. Ah, und das ist noch was. Cool. Da ist noch was. Das können wir dann später auch noch benutzen. Wenn wir dann die Fähigkeit haben. Jetzt erst mal müssen wir. Hallihallo. Und tschüss. Jetzt gehen wir hier lang. Jetzt können wir nämlich schnell reisen. Huch. Gibt's aus? Nein. Das ist genau in der Mitte Craigshaus. Wo ist mein eigenes Haus? Babys Haus. Ah, kann ich Cash kaufen? Kevin Stowleys Haus. In der Zeit hätte ich vielleicht sieben Millionen Selfies gemacht. Minimum. Dein Haus. Also kann man definitiv ein bisschen in meinem Haus brauchen. Dankeschön. Let's go. Ich schenke ihm nochmal ein bisschen Wasser ein. Ein bisschen trinken. Man muss hydriert sein. Man muss hydriert sein. Hydriert. Hydriert. So. Oh, Sechsklässler. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Was ist los? Hast du nicht eingeschissen? Geh mal Windeln wechseln. Geh mal selber Windeln wechseln? Was? Was? So. Ich schlaufe mir das mal um. Umwerfen. Dankeschön. Und tschüss. Ah, ja genau. Das war dann. Ups. Ich war zu weit draußen. Perfekt. So, ein bisschen zurückspulen. Dann komme ich auch noch eine Tasche hier. Richte dein Pupschlauch nicht auf mich. Hier, der behäbete. Da muss was Gutes drin sein. Super Nova Anzugkostüm und Handschuhe. Mache hier noch was? Nein. Ah, okay. Dann war es das hier. Und wir können runter. Und raus. Und haben hier alles geholt. Wunderbar. So. Unsere Kiste oben reinschauen. Was wir nicht alles haben. Du hast doch niemanden reingelassen, oder? Alle Schlösser waren offen. Nein, nein. Keine Angst, Dad. Keine Angst. Was haben wir denn hier? Zielkreuzkostüm. Puh. Türe mit Chippuritos. 200. Was heißt diese Zahl daneben? Was heißt die Zahl daneben? So. Was haben wir hier nochmal? Meister Erinnerer. 13 haben wir schon geschafft. Ein neues Artefakt. Aber das war ja nicht so prickelnd. Das war der hier. Wahrscheinlichkeitszerhacker. Sogar weniger als der Dreidel. Crafting haben wir als neues bekommen. Bei Verbrauchsgegenstände. Extremes Gegengift. Und Kostümer. Für den Kopf. Haben wir das bekommen. Nein. Kleidung. Haben wir das und das bekommen. Braucht man nicht. Hände haben wir. Das und das bekommen. Das ist. Das kann man machen. Das kann man machen. Und Base Makeup. Haben wir das bekommen. Passt auch. Muss man nicht. Ähm. Wo war Inventar? Genau. Muss ich mal rausfinden, was diese Zahl da heißt. Komponenten. Komponenten. 99 plus. Ja gut. Aber sonst steht da nichts bei den Komponenten dabei. Hm. Vielleicht waren das 50 Stück auf einmal. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber nee. Sonst wird ja mal zwei dastehen. Und tschüss. Ich hab's gay. Oh Mann. Bin ich dicht. Ja. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Und unsere Mutter war wahrscheinlich in der Küche richtig total besoffen. Aber hey. So. Jetzt müssen wir den kleinen. Den kleinen Hamster holen. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. So. Huch. Filter. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Okay. Das zählt nicht sozusagen. Schade. Zählt auch nicht. Schade. Reise den Herrn, kleines irres Kind. Danke. Danke dir. Okay. Das nächste Haus ist es. Aber wir können hier mal. Kleines bisschen umwerfen. So. Umwerfen. Und. Hallo. Diabetes. Hau den mal um. Bumm. Ah. Okay. Okay. Ach das ist die Kiste da hinten die uns das bringt. Und die bringt uns Sturmanzug. Nice. Das bringt uns viel auf der anderen Seite. Ne geht's nicht. Okay. Dann schauen wir natürlich in Craig's House. Und holen. Kann ich mit ihm? Ach ne. Es war ein Räther. Wenn das nicht der berühmte. Furzende Selbstjustizleist. Ach mit denen hatte ich schon. Ah. Okay. Wenn ich den. Okay. Mit denen hatte ich schon. Und Craig's House ist hier. No drone zone. Ein Keller genauer. Da müssen wir einen Hamster schon hüllen. Stripe. Bist du da? Ist in einem Schlafzimmer. Okay. Okay. Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweaks. Sichtbar wieder. Okay. So. Das ist nicht Craigs Zimmer. Da. Ach Stripes. Oh come on. Okay. Okay. Dann stehe ich mich halt hier hin. Ah. Okay. Das hat nichts gebracht. Material Raumschiff Zeile. Yay. Was? Ah verdammt. So. Wie kann ich die jetzt fangen? Ah. Wie soll das gehen bitte? Zeitwurzpause. Zeitwurzpause. Ich habe Zeitwurzpause noch nicht. Lol. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ja gut. Dann kann ich das nicht machen. Mein Ding. Schauen wir mal auf die Karte. Was wir jetzt noch machen können. So. Das ist sowieso. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. Ding. Schnitzeljagd. Meisterale Raisins Ripper Titel auf dem Charakterbogen. Das sind alles Sachen die wir... Kauf super scharfe City Shrimp. Findes geht das dachgereiften Käse. Das ist alles da oben. Wo ich nicht durch... Ah. Ich muss von hier durch. Ah. Okay. 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 Das heißt ich muss von hier durch. Gut. Dann machen wir es so. Sie muss selbstbewusster sein. Ja. Aber nicht zu selbstbewusst. Sonst hält ihr Schneeschäft sie für eine Schneebitsch. Ich habe immer noch keine Pause. Das heißt ich kann Viecher immer noch nicht fangen. Furzpause. Jetzt sind wir das erste Mal da oben. Nicht schlecht. Crunchy Micro Brew. Ach genau. Da waren wir drin. Schlern CD. Das kann ich noch nicht kaputt machen. Piu. So. Ein bisschen zurück. Es riecht als wäre hier die Kacke am Dampfen. Kacke am Dampfen hat sie gesagt. Und da ist auch noch kaputt gemacht. Nice. 4D Anzug Kostüm. 4D Brille. 4D Brille meinetwegen. Hello Gentlemen. Na ich muss eh da waren. In die andere Richtung. Zum Shitty Walk. Kostümsammler. Ach da ist was. Ah da komme ich nicht hin. Shitty Patown. Na großartig. Was für ein Anblick. Oh er ist sogar mit dem Lensplay hier. Und Shitty Patown. Einen Tag altes City Shrimp. Und da ist der letzte. Shitty Patown. Toll wie du mir geholfen hast. Das Schneiderailsystem einzurichten. Wunder. Ah schau mal in die Spielzeugkiste. Da ist ein Kostüm drin. Nice. Ups. Ne das brauche ich nicht. Ist es Zeit für Blitzfreak? Stufenaufstieg. Noch ein großer Platz dazu bekommen. Neuer Artefaktplatz freigeschaltet. Oh danach kommen wieder neue. Aber jetzt können wir natürlich erstmal wieder einen großen Ausrüstung ausrüsten. Großer Platz. Huch. Epischer Platz. Ah ok. Gut. Mehr habe ich ja jetzt gerade nicht. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Leider. Tridal, 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 Tridal. Tridal. Rückstoß-Kombo ist schon nice. Rückstoß-Kombo ist eigentlich schon richtig nice. Ich kann mal gucken, vielleicht kann ich die alten Artefakte verkaufen. Ja, gesammelt habe ich sie ja schon. Kostüme, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah ja, okay. Ah ja. Und 4D-Brille. Gut, gut. So, was haben wir denn hier? Nichts. Doch, eine Kiste, natürlich. Locally sourced. Ah, ich muss hier einen shitty Patron rein, Entschuldigung. Shitty walk.